Hallo und herzlich Willkommen bei Crystal's Delicious. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich wieder ein ganz schönes Rezept für euch, denn es ist ja noch Erdbeerzeit, Rhabarberzeit und da habe ich mir gedacht, ich zeige euch mal, wie man ganz lecker und sechs eine leckere Marmelade machen kann, fürs Frühstück zum Beispiel. Und da finde ich die Kombi mit Erdbeer und Rhabarber super fruchtig und toll. Wer Rhabarber nicht mag, kann das gleiche quasi ohne Rhabarber machen. Der ersetzt dann die Menge einfach nur mit Erdbeeren und dann schmeckt das Ganze genauso wundervoll. Bevor ich euch die Zutaten zeige, zeige ich euch, was ich im Hintergrund mal anstelle. Ich fülle die hier, das sind so ungefähr 220 Milliliter passende rein, in diese Weckgläschen rein. Und die werden jetzt gekocht und die stelle ich im Hintergrund an, also mit Deckel, Gummi, also mit allem was quasi, mit was man das Ganze verschließt. Wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Traubverschluss habt, dann auch den Traubverschlussdeckel, also einfach alles mit Wasser entdecken und einfach richtig sprudeln kaufen lassen. Also für die Marmelade braucht man nichts weiter außer 500 Gramm Erdbeeren. 500 Gramm Rhabarber, den habe ich hier schon bereits ganz dünn abgeschält und in Würfelchen geschnitten. Ich benutze jetzt hier Gelierfix Extra 2 zu 1. Ich finde die Mischung 2 zu 1 am leckersten, weil die schön fruchtig ist. Da benötigt man quasi 1000 Gramm Früchte und zusätzlich 500 Gramm Zucker und halt diesen Beutelinhalt. Also 500 Gramm Zucker fügen wir noch hinzu. Dann ganz wichtig Vanille Extrakt. Wer Vanille Extrakt nicht hat, benutzt einfach eine komplette Vanilleschote und kratzt die aus. Außerdem noch den Saft von einer halben Zitrone und die Schale. Also als erstes geben wir das Obst in den Mixtopf. Also die Erdbeeren und den Rhabarber. Und das Ganze, oh da ist ja einer weggeflogen, wird dann für 15 Sekunden auf Stufe 4 verkleinert. So liebe 15 Sekunden sind und wir schauen mal in den Mixtopf rein. Ja, sieht richtig gut aus. Und jetzt füllen wir eigentlich nur alle restlichen Zutaten hinzu. Also einmal reiben wir ein bisschen von der Zitronenschale ab. Da wieder am besten diese Reibe verkehrt herum nehmen und hier quasi, also nicht so rum, andersrum reiben, sondern so rum, dann sieht man nämlich sobald man hier an der Weißen angelangt ist. Denn wir wollen ja nur die Rinder haben. Ansonsten kriegt man nämlich die ganzen Bitterstoffe lieber, wenn ich drin habe. Und da wieder ganz wichtig, dass die Schale unbehandelt ist. Also guckt immer, dass auf der Verpackung steht, Schale zum Verzeih geeignet. Ich habe übrigens im Geschäft leider nicht, es gibt auch Gelierfix extra für Erdbeermarmelade und sowas. Das habe ich leider nicht gefunden. Wenn ihr sowas findet, könnt ihr natürlich auch sowas verwenden. Dann den Saft von der halben Zitrone. Dann wiegen wir nochmal 500 Gramm Zucker ab. Da gehe ich jetzt einfach auf Kaka. Dann ganz, ganz wichtig das Vanilleextrakt. Die wichtigste Tutat von allem. Erdbeeren ohne Vanille. Ich finde, das fehlt gar nicht. Da mache ich auch richtig viel rein. Ich gebe jetzt einfach hier mal gerade den ganzen Rest rein. Wenn ihr euch übrigens fragt, wie man immer den Rest hier rauskriegt, da mache ich immer so ein kleines Schlückchen Milch rein, schüttle das Ganze und dann gebe ich das zum Beispiel auch mit in den Kaffee. Das schmeckt super lecker. Dann hat man nämlich ganz schnell einen teckeren Vanillee, Latte Macchiato oder sowas. Dann geben wir hier den Inhalt von diesem Beutel rein. Da habt ihr jetzt sogar auch nochmal extra die Anleitung, wie es funktioniert. Also egal für welche Schaliermittel ihr euch entscheidet, guckt einfach immer auf die Packung, was da steht, wie man das mischen soll und sowas. Dann wird das Ganze jetzt einfach nur verrührt im Thermomix auf Stufe 4 für etwa 5 bis 8 Sekunden. Und jetzt stellen wir den Thermomix einfach nur auf 12 Minuten 100 Grad Stufe 2 und dann haben wir schon geschafft. So, in weniger als 100 Minuten ist die Marmelade fertig. Ich habe jetzt bis zum Schluss die Gläschen kochen lassen. Jetzt nehmen wir die hier vollständig mit so einer Zange raus und tun das auch ein sauberes Geschirr tut. Und jetzt wird die Marmelade heiß da reingegossen, der Gummideckel drauf gemacht, der Deckel drauf und dann fest gemacht und dann einfach stehen gelassen. So, bei mir sind das jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Gläschen und dann ist hier noch ein Rest. Und dieser Rest den benutze ich gerne einfach so in einem Schädelchen, dass wir, also quasi damit wir das direkt frisch essen können. Also ich glaube, das hätte es gar noch 2 gegeben. So, also erst Gummiding drauf, dann zack. Also das wichtigste hierbei ist eigentlich nur, dass alles sauber ist, dass ihr dieses Gummiding richtig schön, also mittig drauf macht, dass der Deckel schön drauf hält und dass ihr alles im heißen Zustand macht. Wer jetzt Schraubgläser benutzt, der macht den Deckel, schraubt den zu, dreht die Gläser dann um für 5 Minuten und dann wieder um und so zieht es genau so ein Vakuum. Aber bei den Gummiringen hier die Gläser, da darf man das nicht machen, denn ansonsten schimmelt das. So ihr Lieben, wenn ihr das riechen könntet, würdet ihr das glaube ich sofort nachmachen. Ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen. Ich schreibe euch das Rezept wieder in voller Länge unten in die Infobox rein. Und ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Untertitelung. BR 2018